hallo und herzlich willkommen bei retro gamble ich bin natürlich auf die vollbilder machen ich habe ja gestern schon das spiel gespielt ich habe auch nicht mehr weiter gespielt gehabt doch klar ich habe weiter gespielt ab level 60 kommt ein moment dann kannst du sachen vergessen und dann kriegst du Dingens sag mal schnell ein Artefakt wenn du auf vergessen gehst also wie hieß denn das pressing dann kannst du dann kannst du auf dann fängst du wieder von null an dann hast du halt nur deine Stärke noch also deine Klamotten hast dann noch an was du an hast und du kriegst halt eine Stärke dazu das können wir ja mal machen ich bin eigentlich gerade so weit aber ich möchte erst noch den Boss beziehen das ist noch nicht der Boss der Boss ist das ist der Boss ich komme noch nicht weiter 95 gut was für Dailies gibt es denn heute so viel Geld habe ich das wäre alles weg gleich traurig meine vier Haustiere einmal den Vogel habe ich dann habe ich den Vogel so ein Vogel und so ein Vogel ja das habe ich nochmal zwei Vögel die sind doch gleich weg oder nee die bleiben die Vögel bleiben passiv der hat gar nichts im Passiv nur 0 der hat wenigstens 1 der hat 1 der 1 der 1 ja das ist den drin weil der hat passiv gar nichts also jetzt sind es ja die aktiv und die haben alle passiv anlaufen das ist die haben wenigstens etwas so habe ich von jedem etwas ja gut ähm Haustier-Quest der kommt wahrscheinlich später Haustier-Level 6 nein danke Klamotten Klamotten habe ich alles an was ich an habe alles an was ich an habe ok 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 dann gehen wir mal zurück bis dahin bis den Ritter war ich schon aber kein Problem jetzt zeige ich euch mal wie man das vergisst man drückt hier drauf dafür kriegst du hier davon 10 press D ok ich habe es vergessen und jetzt fange ich wieder von 0 an ja die Haustiere bleiben deine Rüstung bleibt ach war so ein Tag ist hier ja dank und deine Stärke bleibt ja die Stärke wird die Stärke von den Klamotten die bleibt ja aber aber die 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 pieglau die 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 Ab 30 Gold kommt der erste. Ich bin schon in der Levy 6, Levy 7. Levy 8. Wenn es 100 kostet, dann hole ich mir die ersten Freunde. Na, Freunde sind es ja nicht. Ich muss ja gehen. Ich bin schon mit einer Runde. Also man muss sich die Werbung von den Vorbildalmanen schon erlang fliegt, sonst kriegst du es nicht. Das mache ich bis auf 1.000 hoch. Ich bin schon auf Level 20. Level 21. Okay 1.000 und ich bin jetzt auch Level auf 1.000. Das ist nur eine Fähigkeit, die zähle ich nicht mit. Das ist nur eine Fähigkeit, die zähle ich nicht mit. Das ist nur eine Fähigkeit. Ja, ihr habt euch was gekriegt ohne ein Video anzuschauen. Oh, bisschen zu viel. Oh, auch zu viel. Jetzt bis 10.000. Jetzt habt ihr eigentlich schon alles gesehen. Das war gestern was ich nur noch einmal gemacht hatte, das Posting. Und dann habe ich nochmal hoch gespielt bis auf Level 90. Während ich das Video gearbeitet habe oder gerendert habe zum Online-Schicken. Ja, die Task ist schon wieder vorbei. Dann würde ich sagen, ich besiege noch den Boss. Natürlich gibt es aber noch wieder neue Fähigkeiten. Die kann ich euch allerdings nicht zeigen, weil die kommen ja später. Das bis dahin war ich schon. Danach kommt ja auch immer noch andere Fähigkeiten. Heiliger Wald. Mal schnell noch alle auf 1000. Das geht ja. Patz, Patz. Also noch schnell auf 10.000. Am meisten geben natürlich die Bosse, die kannst du allerdings nur einmal besiegen. Für stroll ihn in den nächsten Level zu machen. Deshalb müssten wir zusammen auf dem nächsten Level Also nicht in nächstem Level, sondern nächste Station. 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 Jetzt sind dann noch 10.000 Das kann ich noch hier benutzen, das, um ein Schlag, Erfolge, wenn ich noch diese drei Folge, Folge, Erfolge, diese drei Tagesziele nicht machen müssten, weil wir dann sammeln drei Haustiere Level 1. Ich habe noch drei gesammelt, andere zwei, bestimmt das waren zwei. Gut, gut, gut. Dann war es das für heute, ein schnelles kurzes Video heute, weil mehr passiert hier sowieso nicht. Dann, Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß.